Jetzt, wie du noch einmal das so runtergebrochen hast, habe ich mir auch gedacht, ja, eigentlich würde diese Neujahrsvorsatzgeschichte tatsächlich Sinn machen, aber eben nur, wenn der richtige Rahmen gegeben ist. Und selbst der muss quasi aufbauen auf eine Review des vorigen Jahres, weil diese drei Punkte, die du jetzt runtergebrochen hast, die kann man ja perfekt in einen, unter Anführungsstrichen, sage ich jetzt, einen Neujahrsvorsatz einbauen. Weil ich ja einfach mir hernehme, was liegt an mir selber, was kann ich in meinem Beruf machen oder ich sage es gar nicht, was kann ich machen, sondern wie war mein persönlicher Umgang dieses letzte Jahr, wie war meine Arbeitsentwicklung in diesem letzten Jahr. Und dann ist ja eigentlich das Schöne, wenn man diese Art von Reflexion macht und diese Planung, dann ist das quasi da schon implizit gegeben, wie es weitergehen wird. Und das Schöne ist ja, dass es dann nicht mehr damit zusammenhängt, was der Kalender anzeigt, sondern das ist quasi der Prozess. Also dann wird wahrscheinlich diese Änderung oder dieses Weiterentwickeln wird vermutlich auch funktionieren schon im September oder schon im Juli, weil einfach dieser Prozess ist der gleiche. Und vielleicht dann schon Richtung Zusammenfassung und Abschluss gehend ist ja da wieder eigentlich ein interessanter Punkt, ob man da nicht unser Arbeits-Shutdown-Journal wieder so ein bisschen reinbringen kann. Weil ich meine, die Fragen, die wir da formuliert haben, die passen eigentlich genau da hinein, wo ich am Ende des Tages, wenn ich nur auf meine Arbeit bezogen, und das haben wir ja auch am Anfang herausgehoben, dass es ja gar nicht darum geht, dass man jetzt großartig für sein allgemeines, ganzes Leben quasi ein Journal machen muss. Es reicht ja mal zu beginnen mit einem klassischen Arbeits-Shutdown-Journal. Und dort haben wir irgendwie Fragen entwickelt, wo ich mir jetzt gerade denke mit den Beispielen, die wir gebracht haben, dass das einen sehr schönen Rahmen bietet, um das irgendwie vorwegzunehmen, diese Problematik von, ach, jetzt ist ein neues Jahr und wie kann ich das möglichst groß anlegen, weil auch wie du gesagt hast, mit was kann ich besser machen am nächsten Tag. Das ist ja eigentlich eine sehr schöne, das ist ja eigentlich eine perfekte Frage, die man noch unterteilen könnte in diese drei Punkte vielleicht, oder ich könnte diese drei Punkte oder diese drei Stufen, die du gemeint hast, die auch noch einbauen, und wenn ich das regelmäßig mache, ist das ja eine wirklich schöne Geschichte.